Warum ich diese Serie nicht mehr ernst nehmen kann. Hier mal eine kleine Zusammenstellung. Ich will aber kein Müsli. Aber wie redest du denn mit mir? Hä? Er sagt doch nur, er will kein Müsli. Ich will aber kein Müsli. Aber wie redest du denn mit mir? Ja, wie redest du denn mit mir? Die Frage war ja, warum will Matteo seine Schwester loswerden? Nach Afrika schicken. Das ist ja ein sehr weites Land. Ich dachte, es wäre immer ein Kontinent. Zeig doch mal der Mama die Hände mal. Komm, zeig doch mal. Du hast dir doch bestimmt wehgetan. Zeig mal hier. Zeig doch mal. Dieser Sturz Hollywood-Reifen. Allerdings muss ich auch sagen, wirklich, mit dem Handy bist du wirklich noch ein bisschen jung.